Liebe Freunde, willkommen zum letzten Teil des Best-Offs. Ich hoffe, ihr hattet bislang Spaß. Der letzte Teil wird leider nicht so lange gehen, ich hoffe aber, es wird trotzdem genug sein. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den Stream zu schneiden. Ich hoffe, wir werden auch in kommender Zukunft noch mehr so geile Streams haben. Ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich für das Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss! Ein schlitziger Klotz hier. Schwitzige Klötze. Ich bin... Jawoll! Nein! Jawoll! Ja! Robin, da kommen wir nicht hoch. Ach, Quatsch. Ich hoffe das. Yo, ey. Weißt du, bis hierhin waren wir motiviert. Guck mal, keine Herausforderung, ey. Die Session-Golf für Friends. Kommt drauf an, wann kommt Maria denn? Also, wir sind jetzt bei... Weiß nicht, Robin, weil ist die Farce vorbei? Ich weiß das doch nicht. Alter, ich kack ab, ey. Das war deine Idee, du Dreck-Sack. Fuck you. Alter, ich bin richtig hart am Threaten, ey. Out of Strokes, ja sicher, ey. Ach ja, guck mal, hier ist schon wieder so ein Spinnbib-Ding, der ist ja easy. Ich höre Sarkasmus. Da, guck, zack. Das hat mir nicht mal acht Schläge gekostet. Ja, Robin! Oh, ich hab fast alles abgerissen hier. Warte mal. 161 und gewonnen, jawoll. Was gewonnen? Wir haben doch noch ein 18. Komm noch eine, oh. Noch ist nix verloren, Robin. Ey, dieses Teil wird mich so verkackt, Brandon. So muss das laufen. Das ist unglaublich. Boah, weißt du, 45 Grad, aber das juckt den Cube einfach gar nicht. Das ist dem scheißegal, er so, ja, don't fuck with me, bitch. Alter, wo geht's überhaupt hin? Ach, lol, Robin, wir müssen gleich auf Geschwindigkeit da durch. Da kannst du doch klicken. Ach, du Kacke. Ach, und dann müssen wir doch da hinten noch in das Ding schießen. Bam! Ja, guck, easy. Oh, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Kein bisschen getroffen. Das hat gar nicht funktioniert. Wo, was zum... Guck dir das mal bitte an, wo ich bin. Ja, ja, du hängst da irgendwo in der Ecke. Ja, ich hängst da. Um Sackhaares Breite schon wieder. Ja, ja, klar, wie soll ich denn hier rauskommen? Das ist doch ein Witz. Oh, ich mein gleich. Out of strokes! Wo? Ich steck in diesem kackbedingten Astloch, ne? Siehst du, wo ich bin? Ja, ich seh, wo du bist. Was ein Witz ist das? Boah, Alter, ich hab richtig... Ja, mh, ach, von hier aus ist es natürlich einfach. Boah, Alter, ich kann ihn, ey. Ey. Boah, Robbe, bevor wir jetzt die nächste Map machen, da essen wir jetzt was. Ja, ich... Ich hab meine gesamte Energie verschrien, ey. Ball-shaped-Cylin... Jawohl. Genau. Loll! Aber sonst geht's bei dir, ja? Ey, das geht gut. Ja, aber nur in eine Richtung. Warte, warte, warte. Drin. Hole in one. Also es ist besser als der Würfel auf jeden Fall. Ja, warte, 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 ich komm doch mal rein. Sieben! Easy! Williim ist dein Hexer? Äh, ist zu voll. Fast in einem hab ich das gemacht. Bei deinem Internet... Ach so, so schlimm. Du kannst den General Chat nicht lesen. Ja, das soll aber so nicht. Eigentlich müsstest du den General Chat lesen und schreiben können. Ja, du hast ja Zeit. Äh, du hast doch schon den General Chat geschrieben. Boah, ey, jetzt hab ich hier... Richtig den... Den Lucifer. Du hast doch hier schon... Loll, der Schmetterling fliegt rückwärts. Wo willst du denn denn? Boah, was? Ich dachte mir, mit dem Zylinder ist es besser, wenn man die Gelinges kommt, weil dann muss... Okay. Kein... Kein... Was zum... Kein Kommentar dazu? Nee. Ich will hier warten. Du hast bestimmt recht, ist mit dem Zylinder echt besser. Boah... Ist mit dem Zylinder echt besser. Alter. Dippen, Dippen. Das ist sehr aber... Ja, echt, ey, Alex. Gefällt das hier auch nicht, was hier gerade so passiert. Oma, ganz schlechter Zeitpunkt. Oh, ja! Oh, wundervoll. Warte mal. Was denn? Was möchtest du? Ja, ja, so sieht Alex aus. Ist so, echt. Ich hab... Der sitzt hier neben mir. Sebastian baut sein Zimmer außen. Die Gefahr abwenden. Oha. Oma war vor der Tür. Oha. Ja. Hat die Snack für Alex vorbeigebracht? Ja, genau. Ja! Oha. Könner. Easiest game of my life. Oh, Gott. Oh, Gott. Boah, ich fahr noch ne Runde. Ja, mach mal. Nicht so ne Rückwärts. Och, komm jetzt. So. Wieso bist du da schon drin? Sehe ich? Es gibt viele Gerüchte, aber ich glaub, was stimmt ist, weil ich geil bin. Hm. Hab ich auch gehört. Sind so weit geschossen. Jawoll, der macht einen richtigen Satz nach vorne. Oh, da bin ich fast vom Holz überrollt worden. Ich bin vom Holz überrollt worden. Oh. Ja, ich hab verloren. Sack. Error. Ja, und wieder zurück, oder was? Sebastian wird weggeholzt. Aber ich hab grad mal unten geguckt, als ich mir Essen gemacht hab, ne? Es ist wirklich... Du könntest quasi wie im Wellen Westen so ein Heuperl über die Straße fahren sehen. Ich glaub, ich hab wirklich die Nachbarschaft zusammengeschrien. Wow. Gar nicht zu weit, oder so. Über den Wolken. Jo, ja. Oh, ne, passt. Drin, mit zwei Schlägen. Zack. Easy. Jetzt reicht's, wir spielen nur noch mit dem Ei. Solange du nicht den Würfel rausholst, ey, weil dann bin ich weg. Wow, 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 wow. Hui. Warte mal, ich komm wieder zurück. Was für ne kranke Scheiße ist das denn hier? Nein, bitte. Nein, bitte. Nein, bitte. Oh, komm, Jude. Ich war oben. Nee, so nicht. Pass auf, ich fahr da jetzt hoch. Jawoll. So muss der. Yes. Top. Oh, hole in one. Nein, nicht da. Fick doch die Henne, Alter. Jawoll. Ja, komm, weißt du, gönn dir doch einen. Ja, Mann. Gönn ihn dir richtig, nimm ihn richtig tief, ey. Ja, nochmal. Die Menge tobt. Alex feiert. Boah, komm schon. Was für die normalen Menschen jetzt machen? Bestimmt irgendein sinnvolles Zeugs. Und wieder von vorne, hat der Spaß gemacht. Ach, nö. Ey, der verarscht mich. Ja, nein. Ja, und wieder von vorne, hat ja Spaß gemacht. Ja. How it goes und so. Oder how it is? Hieß das how it is? Ach, Robin, ich hab gehört, weißte, egal wie das heißt, man macht's einfach nochmal von vorne. Drehst du ne Runde? Out of Stroke, alles klar. Man kann sich bestimmt auch googeln. Bis 21 Uhr, ja, das ist korrekt. Und da war er wieder, NMS Anthony, meine Damen und Herren, ratatata. Plopp. Ich kack ab, Alter. Ich kack richtig hart ab. Vor allem, was ist das denn für ein Lutscher, die... Wir verlieren sogar unseren Punkt am Spawn. Der Feind sitzt im Gebüsch. Oh, der Feind ist tot. Weißt du, was? Ihr pimmelt die ganze Zeit bei A rum. Ich hol jetzt B. Alleine. Ein Mannarmee. Ich bin tot. Alleine. Ach, weißt du, was? Unser Airship, das braucht auch nicht mehr kommen. Jo, bis zum nächsten Spiel. Oh, da kommen schon wieder die Scheißbomben, ey. Du kannst doch nichts außer deinem Scheißflugzeug rumzuhängen. Mongo Monohydrat. Ehrlich, Alter. Ohne Scheiß. So, hier. Medikit. Zeitlander, da muss der, glaube ich, weg. Und... Da muss ich doch mal eben mit dem magischen Finger hochscrollen. Und er gibt mir den Headshot des Todes und der Vergeltung. Musik? Äh, finde ich muss jetzt nicht... Leute, ich hab den... Wen hab ich denn gekillt? Irgendwas ist... What? 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 Was ist denn Dinge passiert? Ich hab ein rotes Fadenkreuz gekriegt, ein grünes Fadenkreuz und ein weißes. Irgendwas ist geschehen. Minuten des Streams. 9.30. Entschuldigung. Noch mal so ein Knowledge raushauen, ne? Also... Also... Töten, Sen! Hau ihn kaputt! Jawoll! Revive! Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Revive! Wo ist der denn? Und die Sidewinder ist auch back. Ja, oh. Die Gute. Die Gute. Revive! Medic! Alter. Alle revived. Easy. Weißt du, Medic des Jahres, Junge. Oh, dankeschön. Das ist sehr nett. Jawoll, schluck dies, du klappergerüst. Vielen Dank fürs Abo, Jens. Yo's. Äh, bleh, yo. Boah, da meine Stimme, ne? Aber generell, meine Zunge macht auch schon schlapp. Ich bin im Stacheldraht, ich kann ihn nicht befreien. Oh nein, ich sterbe. Puh, das muss ich doch verkaufen. Ey, hallo? Ich drücke Tasten. Wechsel doch. Ich kann die Waffen wechseln. Schön, dass du die Tasten drückst. Ich glaube, ich habe mein Spiel kaputt gemacht. So, ich renne jetzt auf dich mit, äh... Okay, ich bin jetzt gestorben. Was zum... Warum bleibt denn jetzt hier mein... Mein Mission Board zackt? Was zum... Warum Mission Board zackt? Yeah. Das ist der Blues, meine Damen und Herren. Ich habe eine Biene verfluckt oder so. Vielleicht auch ein Roboterfrosch. LOL. Ich habe es bewiesen. In Battlefield 1 gibt es schmelzende Steine. Vielen Dank. Oh, da ist gerade... Oh, shit. Flucht. Ja, finde ich aber auch. Also... Alter, wo kommt er denn her? Krasser Typ, ne? Bevor ich... Ich hole nochmal aus, bevor wir jetzt aufhören, ja? Also, ganz großes Lob auch an euch. Wir haben jetzt 10 Stunden gestreamt. Es war... Es gab eine Person, die ich sperren musste, weil die sich einfach auffiel verhalten hat. Aber egal. Ihr habt euch super verhalten. Ihr wart nett. Ihr habt Tipps gegeben in Battlefield 4. Auch die beiden Jungs. Der eine, der auch mit mir gespielt hat, der mir Tipps gegeben hat. Ihr wart echt super nett. Super lieb. Habt Tipps gegeben. Wart aktiv. Hat uns was gefragt. Und das ist das, weswegen ich es geil finde zu streamen. Ja, einfach so die Interaktion zwischen euch und uns. Ja, das ist einfach super. Und ja. In diesen abschließenden Worten würde ich mich noch recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, dass ihr auf unserem Kanal noch ein bisschen unterwegs seid. Vielleicht findet ihr auch noch Sachen, die euch gefallen bei uns. Und hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Stream wieder dabei. Wir würden uns beide riesig darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.